Hey Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich hab ja im letzten Video gesagt, dass ich ab 350 Abonnenten zwei Karten an euch verlosen werde. Und zwar eine Google Play Karte und eine iTunes Karte, Leute. Ich hab auf jeden Fall, ich hab schon mal eine iTunes Karte gekauft. Die Google Play Karte werde ich mir auf jeden Fall morgen holen, Leute. Ich werde es euch bei Discord auch reinschicken, dass ihr mir auch glaubt, Leute. Leute, hier seht ihr das auf jeden Fall nochmal angeblendet, dass ich auf jeden Fall wirklich die iTunes Karte gekauft habe. Jetzt fragen sich bestimmt viele, wie kann ich mitmachen und wie auch immer, wie die Stars auf jeden Fall. Leute, das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist meinen Kanal abonnieren. Ihr müsst in die Kommentare reinspammen, so oft wie es geht. Und dann werde ich mir eine Person raussuchen und dann werde ich diese Person auf jeden Fall auf ein Social Media aufschreiben. Und Leute, nicht zu vergessen, ihr müsst auf jeden Fall auch schreiben, wo ich euch anschreiben kann, wo ich euch den Code senden kann, Leute. Und auf jeden Fall, Leute, das ist kein Fake-Gewinnspiel. Deswegen, Leute, auf jeden Fall denkt das nicht, Leute. Ich würde sowas niemals machen. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst dann sowas ähnliches in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, dass ihr eine Karte haben wollt und wo ich euch anschreiben kann, auf jeden Fall. Das müsst ihr dann die ganze Zeit reinspammen. Dann werde ich mir auf jeden Fall eine Person raussuchen und dann wird der Gewinner bekannt gegeben. Und dann werde ich euch auf jeden Fall den Code bei dieser Plattform senden, wo ihr das haben wollt. Und ja, Leute. Und Leute, danke für euren Krankensupport nochmal. Leute, wer hätte einfach gedacht, dass wir die 350 Abonnenten schaffen werden, Leute. Auf jeden Fall, ich wünsche euch ganz viel Glück bei diesem Gewinnspiel. Spend in den Chat. Spend in den Chat.